herzlich willkommen zu einem neuen video welcome back on my channel dieses video passt auf ihr lieben ich habe bei louise singleton creations etwas gesehen vor einiger zeit schon und dachte mir ich war so inspiriert und auch das muss ich einfach nachmachen also dieses video ist nicht von mir das ist nicht meine idee das ist komplett von louise aber ich muss das nachmachen weil ich das einfach so spannend fand und wissen wollte ob das tatsächlich funktioniert so this video is a recreation of something i saw on louise singleton creations channel and so this is not inspired by louise this is really a recreation i saw this and i really i saw this long ago but today i am i i am able to make this i have the time so um yeah as i mentioned it's a recreation i saw it and i thought does this really work is it really possible to do this so here we go i have an empty bottle it's just dish soap bottle no matter what you take just make sure it's clean i have a balloon and as you can see there is resin in my bottle and the balloon is broken i made a first attempt um i mixed my resin i wanted to put this into the balloon and my balloon was broken so i just poured a golden tray i needed to use the resin and well anyway was kind of a mess also ich habe hier eine leere spüli flasche ihr könnt jede flasche nehmen die ihr habt hauptsache sie ist sauber und ihr seht in der flasche ist schon goldenes harz drin ich hatte den ersten versuch gestartet und dachte so jetzt hast du zeit jetzt machst du das ja und dann habe ich festgestellt wie ihr gerade sehen konnte der gelbe ballon der war kaputt der war einfach zu alt ich bin also mit dieser flasche mit dem harz durch die bude gerannt habe in jede schublade geguckt und geschaut ob ich noch irgendwo ein ballon habe ich hatte kein das harz wurde langsam heiß also habe ich es einfach nur in eine form gegossen als tablett wir werden es noch weiter benutzen also ihr werdet dieses goldene tablett noch sehen und nun ja jetzt kommt also quasi der zweite versuch ich habe extra neue ballons gekauft ich habe mir 300 gramm harz angemischt und ich habe das eingefärbt mit silberner farbpaste mit von dipon mit pigment pulvern von dipon in moss green was habe ich noch genau moss green balkan silvershift und noch ein anderes dunkleres grün so i mixed up my resin it's 300 grams i think that's 10 ounces um i added silver pigment paste from dipon and pigment powder also from dipon the balkan silvershift moss green and another green one i forgot the name it was a darker green just to make sure that my silver is not like a pure silver the balkan silvershift is more like a bluish silver bluish green shimmery color and now i just filled in the resin into my bottle and clean everything up and now i just take the balloon i blow it how is it called in english blow the balloon i don't know you know what i mean there you go i twist it so that the air doesn't come out and then i just put it over my bottle also die farbe ist wie gesagt jetzt so bläulich silber grünlich ich wollte einfach kein knalliges simples silber haben deswegen habe ich da noch pigment pulver reingemacht ich habe mir mein ballon 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 aufgepustet einmal oder zweimal gedreht dass keine luft rauskommt dann auf die flasche gestülpt dann kann ich das wieder zurückdrehen und dann drehe ich es einfach um und lasse das harz da rein laufen ich habe extra einen weißen ballon genommen und habe eine etwas dunklere grundfarbe gewählt so wie das louise auch empfohlen hat damit man einfach durch den ballon sehen kann dass jede stelle auch wirklich harz bekommen hat also es ist definitiv sinnvollen helleren ballon zu benutzen so as louise recommended i used a white balloon something light and a darker color for the resin this is this makes it just easier when you turn the balloon so you can see that you have the resin like everywhere everything is covered if you use a dark balloon you just cannot see it so now i'm just filling all my resin into the balloon it's then you close the balloon it's kind of messy because you have resin onto this this opening of the balloon i don't know the english words for it but i guess you know what i mean so have a baby wipe or something to clean this up next to you so then when you make this knot into the balloon you can just clean it also es ist wenn ihr das ganze abnehmt von der flasche und ein knoten rein machen wollt habt ihr da so ein bisschen harz kleben also nehmt euch am besten irgendein feuchttuch oder so damit ihr das sauber machen könnt leider ist mein handy zu nah dran ich habe keine andere ausstattung um das besser in die einfangen zu können deswegen seht ihr gerade das obere ende nicht aber ich lasse einfach alles an harz rein laufen und mache dann das ganze ab so my camera setting i cannot put my camera further away from the table so that's why you cannot see the top i'm sorry for that but i just poured in all my resin and now i remove the bottle and close the balloon there you go with the baby wipe i just clean this and then i close the balloon and then it's just a matter of turning and turning and turning the balloon ich habe also ihr müsst ein bisschen auf die arbeitszeit von eurem harz schauen ihr müsst jetzt den ballon immer weiter drehen das harz schön verteilen jetzt könnt ihr das sehen dass man auch das dunkle harz durch diesen hellen ballon sehen kann das auch wirklich alles bedeckt ist ja und dann ist es ein bisschen arbeit setzt euch hin guckt einen film macht irgendwas anderes guckt youtube guckt euch videos weiter an auf jeden fall müsst ihr diesen ballon jetzt immer weiter drehen bis das harz aufhört sich zu bewegen je nach arbeitszeit des harzes kann das natürlich dauern also nehmt am besten ein etwas dickflüssigeres harz nehmt ein harz wo die arbeitszeit nicht ganz so lange ist guckt was ihr da habt ansonsten dreht ihr auch gerne mal eine stunde aber ihr müsst einfach immer weiter drehen 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 bis das harz fester wird bis es nicht mehr so fließt und dann könnt ihr den ballon hinstellen das zeige ich euch aber später so figure out the working time of your resin in this case the shorter the working time the easier it is for you because now it's just a matter of turning the balloon in every direction to make sure that the resin covers this inside of the balloon equally so i'm just turning and turning and turning during this time you can watch a movie or you can go to youtube and watch other videos on my channel whatever you like to do and here you can see when i finish turning i just put the balloon onto a table so that i get a kind of a flat surface so it stands and then just let it cure also nachdem ich also das ganze gedreht und gedreht und gedreht habe bin ich einfach hingegangen habe das ganze auf den tisch gestellt eine wasserflasche daneben um das ein bisschen gerade zu halten und dann heißt es aushärten lassen dadurch dass ihr das ganze ding auf den tisch stellt habt ihr unten auch eine etwas plattere fläche und der ballon bleibt einfach stehen lasst euren ballon wirklich länger stehen als normal also gebt dem ganzen minimum 24 stunden ihr wisst selber nach weiß ich nicht 15 stunden 20 stunden je nach harz kann man zwar entformen aber hier habt ihr wirklich eine ganz dünne schicht harz und wenn das noch biegsam ist wird das entformen schwierig leave your resin to cure at least 24 hours because you know it's a really thin layer of resin a thin layer takes longer to cure than a thick layer and it's just a really thin layer so if it's bendy you can just break it so leave it to cure a little bit longer and then it's just a matter of removing the balloon louise took some silicon some release spray into her balloon first to make it easier to demold i forgot this part but it also worked i just snip in the balloon a little bit and then rip off the parts it takes a while but it works louise hat so ein trennmittel spray in ihren ballon in ihren ballon vorher gesprüht damit das entformen leichter geht das habe ich vergessen deswegen muss ich hier so ein bisschen mehr fiddeln aber es funktioniert ich ziehe mir immer was weg das ist zwar jetzt ein bisschen arbeit aber ihr seht das ne ich ziehe das so ein bisschen ab schneide es ein ich will nicht zu viel druck und zu viel ja ich will das nicht zu sehr hin und her ziehen weil ich habe ein bisschen angst diese schicht ist wirklich dünn deswegen es dauert ein bisschen aber es funktioniert also ganz langsam stück für stück entferne ich diesen ballon und ja dann zeige ich euch gleich das ergebnis so die unterseite das letzte stückchen vom ballon ging nicht ganz so gut ab ihr seht da sind so ein paar klebereste so this part the balloon well there are some bits and pieces left of this kind of inside of the balloon and as you can see you really can't peel it off it's a little bit fiddly it's a little bit time consuming but it works i was able to get all the bits and pieces off also das ich habe im ersten erstmal einen schock gekriegt aber mit dem fingernagel vorsichtig ein bisschen drüber gekratzt es funktioniert es ist ein bisschen zeitaufwendig aber man kann das wirklich quasi mit dem fingernagel runter kratzen das ihr seht da löst es sich es funktioniert das habe ich überall gemacht ich habe also alle stückchen hier entfernt gekriegt und damit war das ganze sauber so it worked as you can see take just take your nail scrap it off and it's fine so i was able to get all the bits and pieces off of my of my balloon of my resin balloon and then we can move on to the next part so den nächsten schritt konnte ich nicht filmen ich habe fotos gemacht ich habe mir ein edding genommen auf becher geklebt eine linie gemacht meinen dremel genommen und das ganze ausgeschnitten so i took a sharpie attached it to my to some cups drew a line took my dremel and then i just cut this piece off and now we can do the top coat i took a plastic cup and put some paper cups in it placed it onto a big silicon tray mold this mold by the way is from molds and shapes and then i put my balloon on top of it also ich habe mir einfach ein plastikbecher genommen paar papierbecher reingemacht die innenseite habe ich mit flüssigem latex eingepinselt oder mit dem finger verteilt um das ganze zu schützen so i took some liquid latex for the inside to protect this part for any resin drips from any resin drips and cleaned my balloon with a surface pre cleaner also ich habe mir jetzt eine form von molds and shapes genommen dann habe ich meine becher da rein platziert den ballon von innen mit liquid latex einmal eingepinselt und von außen mit einem surface pre cleaner von dip on sauber gemacht dass ich keine fingerabdrücke drauf habe dann den ballon einfach auf meine auf diese silikonform gestellt oder auf die becher gestellt ich gucke jetzt gerade dass ich das in die kamera kriege und jetzt können wir ein top coat machen für den top coat es hat nicht so funktioniert wie ich es wollte das sage ich schon von vornherein es war mein erster versuch beim nächsten mal weiß ich bescheid was ich besser mache ich habe mir weiß angemischt ein pastel grün ein perlweiß also perlpulver pigment dann habe ich mir noch ein bisschen das ist green topaz nein ghost topaz green von dip on und cosmic color shift so i mixed up my colors which are white a pastel green a pearly white and from dip on it's the ghost topaz green and the cosmic color shift color pigment powder these are my four colors i let my resin sit for i think 30 minutes to thicken up and now i just do like a dirty pour i pour in layers every color into my cup kind of mix it the white and the green and then the cosmic and so on and so on i just layer the colors inside a bigger cup ich habe also diese vier farben genommen ich habe mein harz habe das honey resin genommen das ist per se schon mal dicker habe das aber 30 minuten stehen lassen damit es einfach noch etwas dicker und zähflüssiger wird und jetzt gieße ich mir quasi alle farben in einen größeren becher abwechselnd in schichten ich habe jetzt da keine besondere reihenfolge gemacht sondern einfach immer nur abwechselnd in schichten aufgegossen sozusagen bis alle farben drin waren so ich sage euch jetzt schon meinen in anführungszeichen fehler oder wo ich unsicher wurde und wo ich dachte oh je das geht schief ich habe das seht ihr gleich angefangen zu gießen und mein harz war also auch wirklich schön warm bis ich gegossen habe waren es 40 minuten mein harz war wirklich schön warm und dick jetzt floss das harz oben auf dem ballon und dann runter in linien und ihr wisst vielleicht harz geht meistens oder geht ja gerne nur dahin wo harz schon mal war ich hatte also jetzt angst dass wenn ich jetzt gieße dass das ganze harz nur in diesen linien runter läuft und nicht alles bedeckt beim nächsten mal würde ich es anders machen aber es war wie gesagt mein erster versuch ich bin also hingegangen ich beschleunige das gleich ein bisschen sonst wird das video zu lang ich erzähle euch das jetzt schon mal ich bin also hingegangen habe die erste schicht gegossen und habe dann mit dem finger angefangen alles an den seiten zu verteilen dass überall alles mit harz bedeckt ist damit das ganze einfach schön runter laufen kann problem ich habe den becher natürlich immer wieder genommen gekippt wieder hingestellt gekippt wieder hingestellt und meine farben sind ziemlich ineinander verlaufen und dann habe ich noch den fehler gemacht und dachte oh das ganze harz läuft von dem ballon runter ich nehme mal meinen spatel kratze aus der silikonform unten das harz raus und kippe es nochmal oben drüber damit die schicht dicker wird und damit ist natürlich der schöne marmor effekt den ich haben wollte verschwunden und es ist eine einheitliche farbe geworden nichtsdestotrotz total schön beim nächsten mal würde ich es anders machen okay so now in english um i made a kind of a mistake it was my first try so i just talk let you know what i did and then i can speed up the video a little bit i just layer in my colors and then i started pouring a little bit of the resin on top of the balloon and then the resin run down um kind of in in strings it didn't cover the whole balloon so at this point i was afraid because resin goes where resin already was so i was afraid that the resin the whole resin will just run down the balloon into those strings and will not cover the whole balloon so i panicked and i tried to kind of cover my whole balloon with my finger with resin and the problem is i took my cup i poured a little bit of resin i put it back i poured again i put it back and with this motion with taking the cup and kind of pouring and then back and forth and back and forth all the colors kind of mixed i wanted to have a marble look with this white and pearly white and green and then i made another mistake and then i made another mistake i was afraid that all of my resin will run off the balloon so i took my spatula and took some resin which ran into the silicon mold i took this resin and poured it kind of or scraped it off and put it back on the balloon and with this all the colors kind of blended and just gave one one color and not this kind of marble look i was going for so the next time i would do it a little bit differently the color which we have in the end is still really pretty and i love the end result but just to let you know i made this little kind of mistake so i would recommend not to scrape off this excess and put it back onto the balloon you destroy your design can you see this amazing marble effect it's so pretty i really love it and it's so sparkly and i just ruined it i screwed it up but now you can see those strings and i was afraid that i cannot cover the whole thing ihr könnt jetzt hier diesen marmoreffekt sehen und der sieht in echt so schön aus weil es dieses matte weiß ist und diese schimmernden farben und das ist total toll aber ich hatte an dieser stelle wie ihr sehen könnt angst dass das immer nur in diesen linien läuft und nicht alles abdeckt weil mein harz war auch schon ganz schön dick naja ich versuche es zu retten jetzt kippt mir der ballon noch und also es ist ein riesen es ist ein bisschen messy und etwas naja nervenaufreibend fürs nächste mal weiß ich es besser so you can see i'm just rubbing off i'm just rubbing on the resin to every single place my resin is really thick at this point uh yeah there you can see the marble again and it's so pretty and i screwed it up but anyway the result is pretty so i shouldn't be angry about myself it was my first attempt and it worked it worked next time i will do a better job but yeah just watch the process i'm just rubbing the resin onto every single spot and then i just pour the rest and yeah just look at this design i just love it i just love it ich finde gerade diese farben dieses marmor so schön guckt euch das mal an wie schön das ist ich habe es versaut aber gut egal es ist passiert man macht ja dinge mal zum ersten mal und dann kriegt man es vielleicht nicht ganz so gut hin und beim nächsten mal weiß man besser bescheid ihr seht gerade dass ich hier alles verteile unten und gleich gehe ich also es läuft auch noch ihr verliert viel harz ich habe hier 220 gramm harz angerührt glaube ich da pack ich es oben drauf seht ihr das ich nehme das von unten weg und packe es oben drauf und ihr seht das ist nur noch einfarbig so now you can see i'm just taking the resin from the silicon tray mold placed it back on top and now you can see it's just one color and i lose this marble effect but anyway nochmal kurze info zum harz 225 gramm habe ich angemischt und es fließt euch eine menge runter also ihr verliert wirklich eine menge an harz ich habe alles aufgefangen mal gucken ob ich damit noch irgendwas anfangen kann aber seid euch darüber im klaren ihr verliert einiges so i mixed up about 220 gramm of resin and you lose a lot of resin a lot of resin will just drip into the mold as you can see but anyway we let this cure for a day and then i will show you the finished result wir lassen das ganze jetzt aushärten einen tag und dann zeige ich euch das fertige ergebnis so sieht das ganze fertig aus diese drips oben die könnt ihr abschneiden ich habe sie bewusst gelassen weil ich das einfach interessanter fand so these kind of resin drips you can cut them off i just left them because i thought it's kind of interesting and not this flat edge and now you can use it as a plant pot or whatever i just love it and it really worked so thank you so much louise for this inspiration it's amazing it's it's so much fun also ihr könnt das ganze als blumentopf benutzen als ganz normale deko schüssel was auch immer und ich bin total begeistert das hat echt spaß gemacht und ja ich würde sagen wir sehen uns im nächsten videos so i will see you in the next video and yeah take care bye bye bis dann tschöö bis dann tschöö bis dann tschöö bis dann tschöö